Ich lerne Deutsch. Nummer 15638 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die ersten Autoren waren meist Priester, Mönche und Beamte. Die ersten Autoren waren meist Priester, Mönche und Beamte. Ich habe eine positive Nachricht erhalten, die mich sehr freut. Entdeckungen machen das Leben spannend. Entdeckungen machen das Leben spannend. Heute haben wir eine verlassene Höhle voller funkelnder Kristalle gefunden. Eigentlich wollte ich heute ins Büro fahren. Eigentlich wollte ich heute ins Büro fahren. Aber dann habe ich mich entschieden, von zu Hause aus zu arbeiten. Der Bauarbeiter schaufelt Sand in die Schubkarre. Meine Firma hat mir einen größeren Wagen zur Repräsentation zur Verfügung gestellt. Meine Firma hat mir einen größeren Wagen zur Repräsentation zur Verfügung gestellt. Wie kann die Einhaltung aller Rechtsvorschriften sichergestellt werden? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Gleichbegin del Ton. Das Diabende hat mir schon aufgeführt. Das ist Auftrag von Humphinals für Arbeit.